Wolfgang M. Schmidt und Stefan Schulz haben sich in ihrem Podcast die 29er zu immer weiter um sich greifenden Cancel Culture geäußert. Ihr kriegt es ja mit, dass anderslautende Meinungen in Deutschland immer weiter aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen werden, mittlerweile sogar durch offene staatliche Repressionen. So hat Janis Varoufakis sogar ein Betätigungsverbot in ganz Deutschland erhalten, weil er eine abweichende Meinung zum Nahostkonflikt äußert. Diese, wie gesagt, immer weiter um sich greifende Cancel Culture, die den freien Diskurs bedroht, zerlegen Wolfgang M. Schmidt und Stefan Schulz in ihrer neuesten Folge wirklich genial. Und wir schauen uns jetzt hier wirklich nur den Anfang an, aber es gibt eine absolute Sehempfehlung, auch für den ganzen Rest der Folge. Das möchte ich immer ausdrücklich sagen. Wir wollen heute noch über Cancel Culture sprechen und man denkt so, oh Gott, nicht die auch noch. Hütter dich gecancelt? Nein. Ist es wieder ein persönliches Interesse? Also, ich sage mal so, ich kann nicht so leicht gecancelt werden wie andere und damit sind wir schon fast beim Thema. Denn es ist ja so, dass wir verschiedene Formen von Cancel Culture diskutieren müssen und diese linksliberale Aussage, die fast jetzt so eine Art Dogma geworden ist, es gibt keine Cancel Culture, das wird ja immer vor sich her gesagt, dieses Dogma scheint ja doch sehr brüchig zu werden, wenn man so schaut, was passiert und ich habe diesem Dogma auch nie Glauben geschenkt. Warum kann ich nicht so leicht gecancelt werden? Ja, zum Beispiel, weil ich keinen Arbeitgeber habe, der mich canceln könnte. Darüber müssen wir nämlich heute auch sprechen. Ich finde es übrigens interessant, manchmal bekommt man ja E-Mails mit darüber, zum Beispiel, dass Stefan, also du, in einem Podcast, nicht mit mir, sondern in einem anderen Podcast oder irgendwo oder bei Twitter irgendwas gesagt hast, von dem man annimmt, dass ich dem nicht zustimmen würde. Und wie findest du das, wie hältst du dich dazu? Und das wird mir dann gesagt und ich reagiere gar nicht darauf, weil ich ja, wenn du was hier im Podcast sagst, dem ich nicht zustimme, widersprechen kann, aber ich bin ja nicht dein Papa, dass ich jetzt sage, hör mal, du hast aber vor zwei Wochen zu Thilo das und das gesagt, das finde ich aber gar nicht gut. Gut, aber üblicherweise finden wir immer gut, was ich im Aufwaren Podcast sage. Bestimmt. Aber das finde ich, also da, da kann ja wohl keiner was dagegen haben. Da sieht man schon so ein bisschen so, ob ich da mal, ob ich da nicht mal so einen Ordnungsruf machen könnte. Also so ist so ein gewisser Wunsch, glaube ich, da. Und das ist aber nicht Cancel, Kalschau oder sonst irgendwas. Was mir aber auffällt ist, dass wir immer mehr jetzt erleben, dass Arbeitgeber verlinkt werden. Das heißt, jemand postet etwas bei Twitter, ist Journalist, postet zum Beispiel einen Artikel über die Proteste an der Columbia Universität, der kann in die eine oder andere Richtung gehen, der kann entweder behaupten, da sind nur Antisemiten, die demonstrieren oder der kann behaupten, hier wird die Meinungsfreiheit verteidigt und die Proteste sind absolut gerechtfertigt. Was auch immer dieser Artikel aussagt, sofort gibt es ja Leute, die das anders sehen und dann wird der Arbeitgeber verlinkt, dass man sagt, lieber FAZ, habt ihr eigentlich gesehen, was euer Autor hier geteilt hat? Lieber Spiegel habt ihr gesehen? Liebes öffentlich-rechtlich. Naja, das sind ja wenigstens noch publizistische Arbeitgeber, aber mittlerweile wird ja auch jeder Arbeitgeber verlinkt. Genau, aber auch hier finde ich es schon interessant, dass man also versucht, jetzt nicht in einen Diskurs einzutreten, bei dem man sagt, wir streiten darüber oder wir sind unterschiedlicher Meinung oder ich verachte deine Meinung. Auch das ist ja eine Aussage, die man treffen kann, aber dass man schon sagt, naja, also wenn der das gepostet hat, wenn der das retweetet hat, dann soll das auch eine Konsequenz haben und diese Konsequenz kann natürlich nur eine finanzielle sein. Und darum geht es ja bei der Cancel-Kasche, dass man also Leute cancelt und das hat finanzielle Konsequenzen für sie, dass sie dadurch an Einfluss, an Stimme verlieren, weil sie sich nicht mehr ausdrücken können. Und dann wird immer gesagt, ja, aber es gibt ja sehr viele, die gecancelt wurden und die sind trotzdem enorm reich geworden. Und ja, natürlich, es gibt ja auch so etwas wie Gegenöffentlichkeit oder so und da gibt es dann Leute, die kommen aus einem öffentlichen rechtlichen System oder so raus und werden dann plötzlich als das Opfer von Cancel-Culture die neuen Erfolgsgaranten oder so etwas. Das kann alles sein. Ich glaube nur, dass diese neue Kultur, dass man hier nicht etwas kritisiert, sondern dass man denunziert, dass man sagt, hier muss aber jetzt eigentlich mal der Arbeitgeber durchgreifen, dass das etwas ist, was jetzt stark zugenommen hat in den letzten, ich würde sagen, drei, vier Jahren. Ja, Stefan Schulz wird dazu gleich noch einige Bemerkungen machen. Es wird auch noch um Strack-Zimmermann gehen und ihre unsäglichen Bemerkungen gegenüber Demonstranten, die sie demonstriert haben. Da hat sie die nämlich gefragt, weiß denn der Arbeitgeber, was sie hier machen? All das wird noch Thema in dieser Folge sein. Darauf gehen wir jetzt gar nicht weiter ein, was Wolk von mir am Anfang gesagt hat, dass diese Zerstörung des freien Diskurses durch eine Cancel-Culture, durch dieses Verlinken des Arbeitgebers droht. Das soll uns für den Moment schon mal reichen. Das ist ja etwas sehr, sehr Gefährliches. Das ist ja eine Entwicklung, die wir immer mehr sehen. Das passiert ja auch bei Twitch-Streamern. Man nimmt, also auf Twitter gibt es ja viele solcher Gestalten, die nehmen irgendwelche Ausschnitte aus stundenlangen Streams, schneiden die aus dem Kontext und da stellen dann Twitch-Streamern irgendwelche Aussagen, die sie so nicht getätigt haben und verlinken dann Twitch, damit diese Streamer geklänzelt werden. Das ist ja ganz extrem über Jahre hinweg beispielsweise mit Polytopia passiert. Und das ist eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Hier hat Wolfgang M. Schmidt völlig recht. Deswegen absolute Sehempfehlung für diese Folge der 29er an der Stelle.